Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Also zuerst einmal, das ist ja alles unter Amtsgeheimnis, das mir die Bundeskanzlerin, die stellt ja den Antrag, oder die entscheidet, oder stellt den Antrag, gesagt, dafür hätte ich alles selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Da habe ich laut gelacht und gesagt, ich bin lange genug in diesem Betrieb zu Hause und vor allem bin ich Bundesrat. Das war ja klar, dass das selbstverständlich auch wieder rausgeht. Wo ist denn rausgegangen? Bei der Bundeskanzlerin oder im Bundesrat? Nein, also ich muss sagen, die Bundeskanzlerin, das hat ja lange bearbeitet, das ist absolut stillgehalten. Aber es ist am Montag vor der Bundesratssitzung im Bundesrat und dann ist es zwei, drei Tage gegangen. Das geht im Umfeld, das sind nicht Bundesräte selber, aber es ist ja klar, der Bundesrat ist nicht immer alleine wie auf dem Mond, sondern er hat ein grosses Umfeld. Und da hat es natürlich Leute, die rauslassen, und man sieht es ja, also punkto Indiskretion, ist es beim jetzigen Bundesrat so schlimm, ist es glaube ich noch nie gewesen. Und zwar ist der Trick heute, dass er es immer rauslässt, noch bevor der Bundesrat geschlossen hat. Am schlimmsten ist eigentlich das Departement von Herrn Berset. Da muss es Leute haben und den Tagesanzeiger. Ich habe mal gesagt, der Tagesanzeiger ist samtliche Publikationsorgane vom Departement von Herrn Berset. Immer vor der Bundesratssitzung wird das dort ausgebreitet und immer so, das merken wir ja, dass er in einem günstigen Licht steht, zu meiner Zeit ist das strafrechtlich verfolgt worden. Sie haben immer gemeint, ich lasse etwas raus. Ich habe nicht so dumm, dass ich etwas rausgelassen habe. Aber in dem Fall ist es ja nicht... Das Einzige, was es dann vorwünscht haben, war das Departement von Herrn Gussmann. Aber in dem Fall ist ja nicht über den Tagesanzeiger gelaufen, diese Geschichte, sondern über die Agauer-Zeitung. Ja, das ist jetzt nachher noch gekommen, aber die Agauer-Zeitung ist einfach... Die waren die Ersten und dann kommen die Zweiten, Dritte. Aber es haben alle... Ich weiss es auch nicht, bei wem es spielt. Also Sie wissen es konkret nicht. Aber sie haben gefragt, ob ich das... Ich habe doch das gewusst. Zweitens habe ich doch gewusst, das gibt ein Riesen-Meis. Das ist ja klar, es gibt ein Riesen-Meis. Und es gibt immer dasselbe. Da kommen die Gegner und unterschieben dann noch einen Teil. Machen den Meis. Da musst du einfach über dich gehen lassen. So habe ich ja gesagt, der grosse Lehrmeister bei solchen Angriffen ist immer der Alphäu im Johanna-Spierigen-Heidi. Mit der Alphäu, die hier dem Heidi schaut, auf der Alp, oder? Der Grossvater. Verachtet in diesem Dorf unten, sagt Heidi zu ihm, du Grossvater, wieso reden die so sauwüste über dich da unten? Wer hat es denn diejenigen, die so gegen dich sind? Dann hat der Grossvater gesagt, los Heidi, du musst die Leute reden lassen, die Hühner können sie nicht. Das ist wichtig, oder? Und nicht anfangen, umeinander zu packen, sondern da kannst du gar nichts machen, oder? Aber es ist ja, ich sage es jetzt mal, nicht angenehm. Nein, nein, das muss man tragen. Das muss man tragen. Man muss natürlich immer schauen, ob man nichts Unrechts gemacht hat. Oder wenn das etwas Unrechts ist, dann muss man selbstkritisch sein, oder? Aber wenn man weiss, erstens, es ist nichts Unrechts, und zweitens, es dreht sich immer alles zum Guten. Selbst wenn jetzt die, wird jetzt langsam dann nicht mehr rechtlich entschieden, sondern, das merken wir ja gerade, die Finanzdelegate, sind ja Politiker, oder? Und das kenne ich ja, aber Fall Hildebrandt ist ja schon ganz gut gewesen, oder? Was er alles gemacht hat, mich noch gar, noch eingeklagt, und Hausdurchsuchungen, und alle, kein. Da ist alles im Sand verlaufen. Und wenn man nichts Unrechts gemacht hat, bringt das nichts, aber es bringt eben auch Gutes. Man wird stark, wenn man das eben in Kauf nehmen kann. Und jetzig? Was ist jetzt das Positive an der Geschichte? Erstens kommt es mal aus, als Bundesrat, alles beziehend, wenn die zurücktreten. Das ist gar keine Rente. Eine Rente ist ja für das Alter. Also wenn einer mit 50 zurücktritt, hat er die Zahlung, wenn er Rente. Und so bis zum Tod. Und ich habe ja das immer bekämpft, als ich noch nicht Bundesrat war. Und nachher, aber auch noch im Bundesrat, habe ich gesagt, es sollte nie so hoch sein, dass einer, der Bundesrat wird, wegen der Bezahlung. Und wegen der Bezahlung, die haben ja etwa 500'000, oder? Und eine Zahlung in der Hälfte von dem Betrag, sofern er nicht noch Nebenbeschäftigung hat und dort viel mehr verdient. Also einer, der im Verwaltungsrat geht, in diesen grossen Verwaltungsraten haben sie ja Millionen, oder ich weiss nicht was, dann wird die Rente gekürzt. So, jetzt ist das einmal bekannt. Und jetzig habe ich gemerkt, es wird aufgenommen. Das steht in der Rote Heglin, der ist ja Präsident von der Finanzkommission, sagt, jetzt müssen wir das endlich einmal machen, eine rechte Pensionskasse für die Bundesrat, dass die Arbeitgeberbeiträge zahlen und die anderen Arbeitgeberbeiträge. Etwas, was ich immer wollte, aber nie gut geheissen worden ist, vom Parlament nicht und vom Bundesrat nicht. Und als ich im Bundesrat war, habe ich es wieder zur Sprache gebracht. Nachher, als ich zurückgetreten, habe ich es nicht mehr gemacht, weil es scherbelt dann, oder? Wenn man selber Anspruch habe ich es. Und es ist ja so, natürlich kommen die Journalisten, also die Schlimmsten, überhaupt die Linke, ist die Sittung, heute ist auf jeden Fall der Tagesanzeiger. Und er hat einfach einen SVP, hat es das. So zahlt er so, wenn da ein Journalist sagt, ich habe mich gebrüstet im Leben, also das, wie wenn ich das als Verdienst angegte. Ich bin immer wieder gefragt worden, habe ich gesagt, ich beziehe es nicht, aber ich habe auch gewusst, dass mir der Rechtsanspruch zusteht. Sie haben das, was Sie gesagt haben, wir haben es ja schon in der Rennung diskutiert, Sie beziehen es nicht, hatten Sie immer noch im Hinterkopf gehabt, irgendwann können wir ja auch im gleichen Tagesanzeiger, also 2008, wo es angefangen hat, steht, ich hätte gesagt, wenn ich die Rente nicht beziehe, verzichte ich nicht auf den Rechtsanspruch. Steht dort drin, in der Zeitung selber, dann auch die gleichzeitige von den CR-Media, die sind also die Gerechteren, die haben das auch geschrieben, aber in dem geht es darum, ein schlechtes Image machen, Dreck anrühren und ich habe auch, man hat mir auch zugesichert, im 2007, dass man jederzeit die Rente beziehen kann. Also die Bundeskanzlei, oder? Ja, aber es steht dort drin nicht, wie lange man das machen kann, dann streiten sie jetzt ja. Jetzt geht es vor Finanzdelegation, da können ja immer noch, die können ja sagen, nein, das wäre mal nicht. Ja gut, dann wird politisch entschieden, das kenne ich aus dem Fall Hildebrand, da wird doch nicht mehr rechtlich entschieden. Ich denke, bei der Immunität, die sie hätten aufheben sollen. Sie sagten, wir könnten gar keine Immunität, der ist ja orientiert worden, dass der Präsident der Nationalbank, der Herr Hildebrand, wer ins Geschäft macht, und das war einen Tag oder zwei Tage, bevor er vereidigt war, er ist so gewesen, aber noch nicht. Vereidigt, also, hat er noch gar keine Immunität, also, so Zeug bringt man dann immer, da kann man ja immer etwas bringen. Aber jetzt gleich noch eine Frage, jetzt ist ja das eben unter dem Siegel geheim, es ist ja eben gleich nicht geheim gewesen, wenn ein Loch dahinter steht, wird es ja nicht mehr geheim, wäre es nicht sinnvoller gewesen, rückblickend, wenn sie die Kritik haben, wenn sie das gerade von Anfang an transparent gemacht hätten, ich will das Geld. Ja, das kann ich machen, also, ich habe nie daran gedacht, dass, wenn man sie beziehen, steht, es ist für alle, ist stillschweigend, oder, der Sprecher vom Bundesrat hat mir nach der Sitzung angeklühtet, wo das in den Zeitungen kam ist, und er hat gesagt, jetzt werden wir da angegangen, steht in den Zeitungen, sie wissen, wir geben keine Auskünfte über die Bezüge von den Bundesraten, aber wenn es überall in den Zeitungen steht, dann sagen sie doch, sagen sie doch, ich habe ja nichts zu heimlichen, das kann man sagen, ich hätte von Anfang an schreiben können, aber da wären wir jetzt also nie in sinken, oder, ich habe noch nie gesehen, dass einer in der Öffentlichkeit das veröffentlicht hat, ich beziehe jetzt, es ist ja keine Rente, es heisst, Ruhegehalt, kann man ja sagen, und jetzt ist es ein Thema und jetzt ist ja gut, dass das so ist, und das kann ich also auch sagen, warum habe ich eigentlich jetzt gefunden, nein, jetzt mache ich es. Eben, da ist doch, die Frage denkt sich ja schon auf den Zeitpunkt, oder? Ja. Jetzt ist Corona, vielen Leuten geht es nicht so gut. Ja gut, ich habe in der Corona-Zeit gesagt, was habe ich eigentlich jetzt da gemacht, habe ja nicht so viel überlegt, ich schenke dem Staat 2,7 Millionen, wenn man alles zusammenzählt, in diesen 13 Jahren gibt es ja so viel. Darf ich das eigentlich? Ich weiss, aus meinen Vergabungen musst du wahnsinnig aufpassen, wem was gibst, du brauchst nämlich auch eine Mitverantwortung. Und wenn jemand etwas Falsches gibt oder etwas Falsches macht, oder nichts macht, das Geld noch verdummt, alles erlebt, wenn man Vergabungen macht, etwa 50% sind eigentlich und dann habe ich verloren. Das ist einfach so. Also wie verloren? Ja, weil man hat Kraft nicht zum schauen, ob das richtig ist. Einmal einer, ein Spiemer war mit der Frau, hat gebrannt, ein bisschen Unternehmer. Er hat gesagt, jetzt bin ich so schlecht dran, und das ist mir passiert, jetzt muss ich die Leute entlassen, das war vor Weihnachten. und ich habe ihm geholfen, und ich habe ihm einen Beitrag gegeben, eine Woche darauf hat er einen Mercedes gekauft, für 230'000 Franken. Ja, jetzt sage ich, ich bin dumm, oder? Ich habe dem glaubt, ich habe den Tränen glaubt, und solche Sachen gibt es, oder? Weil man muss, man kennt ja, eine Investition, man muss ja befolgen, aber ich habe ein Schönes erlebt, oder? Die Schönste ist immer die, die blinde Frau, die mir geschrieben hat, sie sei blind, sie könnte ihr Leben aber verdienen mit einer Strickmaschine, die sie selber bedienen kann, aber die Strickmaschine, die kostet, ich weiss nicht mehr wie viel, und sie hat das Geld nicht, ob ich ihr nicht ein Starlehen gäbe. Und dann habe ich mit ihr telefoniert, und dann habe ich gesagt, ich schenke ihnen die, das ist jetzt zu gross, aber, nein, das will ich auf keinen Fall, keinen Fall, ich, wenn ich ein Starlehen habe, habe ich noch eine Zinsseite, darf nicht zinslos sein, du hast noch eine Zinsseite, oder? Nichts ist ja anders. Ich will ihnen das zurückzahlen, und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn sie das wollen, nein, ich, 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 wissen sie, sie sind Unternehmer, ich, 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 ich will Unternehmer sein, in dem Sinn, und ich zahle ihnen jeden Monat zehn Franken zurück, ich habe es ausgerechnet, das kann ich mit dem, was ich löse, ich habe gute Aufträge, zum da, wissen wir das, ich weiss nicht genau, wie das geht, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, aber nicht jeden Monat zehn Franken schicken, weil sie es einmal im, ja, machen. Und als sie in der Mitte alles zurückzahlt, habe ich noch wieder angedrückt, er gesagt, das ist grossartig, wie sie das zurückzahlen, aber ich will ihnen den Rest, nein, ich will das bis zum Schluss abzahlt haben, das sind, oder, das sind gute Sachen, so eine Hilfe geben, und das Risiko tragen, das ist nicht zurückzahlt, macht mir nichts, aber sonst, und jetzt, wenn ich dem Staat 2,7 Millionen gebe, Aber hat es irgendein Schlüsselerleibnis gegeben, Sie haben gesagt, es sind Kopfschutz. Ja, ich habe jetzt doch gesehen, was es dort gemacht wird, in der Corona-Krise, wo es so Leute, wo es ja wirklich auch Leute schwer getroffen hat, und mir geschrieben haben, oder? Ich sage, ich gebe doch die 2,7 Millionen viel gescheider aus. Wo? Deren, die in Not sind. Also über Spenden spricht man nicht. Aber das heisst jetzt also, das Geld wird nach einer... Also von diesem Geld sehe ich ganz sicher nichts, was ich da bekomme. Aber am Staat geben, wo... Erstens, wir müssen mal schauen, was... Ich bin jetzt bei der Presse, oder? Ich bin immer dagegen gewesen, wie alle Zeitungen. Sie haben die Gratiszeitung, das muss man sagen, ja. Dass man die Presseförderung macht. Und ich habe Lokalzeitungen, die sind gratis, 29, oder? Die berichten nur über das Lokale. Und die werden nur über Inserat finanziert. Und jetzig haben die grossen Verläge fertiggebracht, Presseförderungsbeiträge bekommen, Fernseher 50 Millionen, oder 40, bin ich mir ganz sicher. Der Bundesrat hat Ihnen 50 Millionen gegeben. Ja, 50 Millionen gegeben. Und haben gesagt, aber das gibt nur die, die abonniert sind. und der Herr Zimmermann, der so eine kritische, in der Weltwoche, also ein Volumnist, der in der Medien ist, hat gesagt, ja gut, da wüsste man halt, dass die meisten dem Blocher gehören, und gibt man denen nichts. Sag ich, wieso? Also, dann... Ich bin ja nicht dafür, dass man sie untersteuert, aber wenn man schon die einen gibt, müssen die anderen auch haben. Das ist ja so mit den Bundesraten ruhig gehalten. Es geht doch nicht, dass man einem sagen will, das reichen wir jetzt. Gut, also, ich, ähm... Damit ist ja die Sache, nimmt jetzt den Lauf, jetzt wird es politisch. Also, rechtlich ist es abgeklärt, und jetzt wird es politisch. Und jetzt wird man daraus noch eine Rechtssache konstruieren, dass man sagt, ja, man kann das nicht jederzeit zurückfordern. Und das habe ich ja alles abgeklärt. AV habe ich ja auch bekommen, sogar noch, während der Bundesratseite, habe ich gesagt, nein, das muss jetzt nicht, oder? Dann haben sie gesagt, ja... Sie verzichten sie auf AV, oder? Nein, können sie gar nicht. Ja, ja. AV hat die folgende Regelung. Sie können, wenn sie 65 sind, nicht beziehen. Nach drei Jahren müssen sie es beziehen. Sie tun die drei Jahre zurückzahlen, aber in anderer Form, in einer ein bisschen erhöhten Rente. Ist auch möglich. Habe ich gemacht, oder? Aber nicht, an die grosse Glocke, gehängt, wie hat der andere gesagt, mich brüchstet. Und dann gibt es bei der Sozialversicherung gibt es eine Regelung, die ethische Sack regelt, nach fünf Jahren verjährt es, oder? Also, weiss man es. Und bei der Bundesratlichen Verordnung steht nichts. Und darum hat man mir auch nichts geschrieben, das sei beschränkt. Und gut, also... Also, es ist jetzt hochinteressant, es gibt zwei Varianten. Die erste Variante ist, dass nach der Finanzdelegation Sie der einzige Bundesrat sind, der nichts bekommt, oder? Ja, ja. Das ist möglich. Vielleicht auch nichts, nicht nichts. Nicht, oder? Also, es ist unbestritten, dass ich es jetzt sowieso überkomme, aber... Ja, und die zweite Variante, Sie bekommen das Geld über, die berühmten 2,7 Millionen. Jetzt höre ich, aus dem Event, dass Sie das eigentlich weitergeben. Ja, also, ich will mich da für nichts verpflichten, aber ich sage nur, von dem Geld sehe ich sicher nichts. und es sind ja, hat mir mal einer gesagt, legen Sie doch mal alle Vergabungen offen. Sag ich, nein, das macht man nicht, will ich auch nicht, auch mit der Rücksicht, von denen, die sie überkamen. Ein paar sind ausgekommen, oder? Rheinau. Ja, die habe ich müssen, die 20 Millionen für die Musikinsel Rheinau, habe ich ja müssen veröffentlichen. Es ist eine Stiftung, die ich gemacht habe. Ich habe noch andere Stiftungen gemacht, aber da rede ich jetzt wieder nicht drüber. Und dann, habe ich Kieler Lui, ist auch bekannt, wo ich Ehrenbürger bin, dann auch ausgekommen, das Spital und die Hebammenschule, die ich gebaut habe, in Afrika. Das sind so die Sachen, die halt öffentlich sind und mussten es sein wegen den Umständen. Aber sonst bin ich nicht der Meinung, dass man, wenn man jemandem hilft, dass man das an die grosse Glocke hängt. Jetzt gibt es ja noch die berühmte Begrenzungsinitiative, die wir auch schon darüber gesprochen haben, im September die Schlachter schlachten. Können Sie sein, dass das Geld nicht ihr geht? Das reicht nicht. Für den Abstimmungskampf? Nein, das reicht ja nicht. Also gut. Also da muss ich sagen, zu den Vergabungen, die ich jetzt gesprochen habe, gehören nicht für politische Dinge. Aber es gab ja auch Leute, die gesagt haben, die ganze Geschichte schadet deren Abstimmung. Ja, natürlich. Es gibt eine grosse, die kann jedem etwas sagen, wieso sollte es das schaden. Da hat auch einer gesagt, juh, das schadet sie Ihnen wahnsinnig. Sie sind doch so wahnsinnig beliebt, weil sie das Renten nicht bezogen haben. Also wenn mein Verdienst politisch ist, dass ich das Bundes... Das Bundesverhältnis... Wie sagen wir das immer? Das heisst Ruhe gehalten. Also nicht bezogen habe ich in diesen Jahren. Dann ist also nicht viel los mit den Politikern. Wie ist es eigentlich so? Sie haben ja immer Statistik von diesen Briefen und auf den Telefon beantworten und Reaktionen. Wie sind die? Ja, die sind natürlich heftig. Da zu warten. Also am Anfang ist zwei Drittel schlötterlich und sollte sie versiessen. Hat einer geschrieben, ja? Ja, ja, mehrere. Ja, das ist also nichts Neues. Was macht man mit dem? Ja, ja. Also die meisten sind ja anonyme. Die haben noch nichts geschrieben. Die Polizei schicken, fertig. Ja. Wachen, wann ihr wollt. Manchmal finden sie es raus und dann werden die belangt. Und die anderen sind also nicht nicht strafbare Sachen. Einfach, ich bin, du. So viel schreiben. Ich habe immer SVP gewählt wegen ihnen. So viel wählen habe ich glaube gar nicht gesehen. Also das sind alles... Das ist ein Muster. Ja, also das mal... Also der Anonyme sicher nicht. Das ist das Schöne, oder? Die anderen kommen den Brief über. Aber jetzt müssen sie also ein bisschen warten. Ja. Und dann jetzt seit etwa einer Woche halten sie sich die Waage. Ja, ja. Jetzt kommen die zunehmend positive. Ja, weil im Tele Zürich hat es eine Umfrage an 70 Prozent. Ja, jetzt kommen die Leute, die auf den Briefumschlag schreiben, bravo. So, der lustigste Brief war ich übergekommen, von einem aus dem Kanton Zug. Der hat mir 10 Franken geschickt. Ja. Der hat gesagt, ich bin Rentner. Und ich also so, ich schicke meistens einen Teil von meinen Rentnern, und den Leuten schicke, die es nötiger haben als ich. Ich schicke nicht 10 Franken. Da habe ich gesagt, ich danke ihm vielmals. Das ist eine ganz gute Idee von ihm. Er soll das weitermachen. Und ich mache es gleich gleich. Ich gebe ihnen auch Geld, das es nötiger haben. Darum schicke ich ihm 10 Franken. Jetzt wieder zurückgeschickt. Wie war eigentlich die Reaktion bei der Partei? Na, also, es hat auch der RK gesagt, was ist denn da los? Das ist ja klar, die Parteimitglieder lassen sich eben einflussen von den Zeitungen. Und wenn so wüste Sachen stehen, der Schädler schreibt, ich habe mich gebrüstet, und dann hätte ich da ein Skandal gemacht, in dem ich das beziehe, oder? Und haben dann auch recht, haben gesagt, ich sei immer dagegen gewesen, dass man solche Sachen auszahlt. Ich bin doch dagegen. Aber ich finde, man sollte es ändern. Immer schon voran, nicht erst jetzt. Oder ich schon nutze nie so bei. Aber, ich kenne ja die Mutter, das ist ja klar, und dass die eigenen Basis auch Leute haben. das hat niemand von unserer Basis mitgeschrieben. die Tochter, was hat die gesagt? Eine Tochter, also nur eine, die Jüngste, die mit den anderen reden wir gar nicht über solche Dinge. Die haben da auch ihre Sorgen, oder? Und die Jüngste haben gesagt, es ist jetzt noch gut, dass das gemacht ist, jetzt sieht man noch mal, was da bezogen wird. Und von Martullo hat er nichts gesagt? Nein, ich habe auch nicht mit einer Kette über das. Wir haben nicht ein Verhältnis, dass wir jeden Tag miteinander telefonieren, wegen irgendetwas. Also, sind wir gespannt. Wann wird die Finanzdelegation entscheiden? Weiss man das schon? Das weiss ich nicht. Nein, eine Sitzung haben sie, glaube ich, im September, oder was. Aber ich weiss es auch nicht. Das ist jetzt auch nicht so entscheidend, oder? Die Frage ist, was für eine Begründung das ist, und was für ein Entscheid fällt, oder? Aber ich sage, jetzt wird es halt politisch, und dann ist ja eher, dass sie es nicht gut heissen, oder zum Teil nicht. Dann sind halt 2,7 Millionen ins Land gesteckt, an einen Empfänger, wo ich sage, ich habe Dummheit gemacht, das gibt es im Leben, oder? Also der Empfänger, der wäre der Staat, oder? Und wenn ich sehe, was da gemacht wird, dann darf ich die Verantwortung nicht tragen. Ich habe auch eine andere Situation. Bei den Steuern können sie es ja nicht ändern, oder? Ich meine, den Betrag, die 2,7 Millionen, reicht ja nicht, um meine Steuern zu zahlen, weil die Unternehmer haben ja ein grosses Vermögen, nicht viel Geld. aber Vermögen. Und ist ja klar, dass sie Vermögensteuer zahlen müssen. Aber jetzt können sie nicht raus, den muss sie auch dem Staat geben. Aber da würde ich auch manchmal verrückt, und sagen, die Steuern zahlen, für solche Sachen, die sie jetzt hier machen wollen, also Geld ausgeben, vom Staat auch, für die Propaganda gegen Begrenzungsinitiative, die machen ja mit meinen Steuergeldern dann hat die Schweiz kaputt, muss ich ja auch noch geben, oder? Und machen einen Vaterschaftsurlaub, dass alle zahlen müssen, damit einer, der ein Kind bekommt, der Vater nicht muss zwei Wochen, wenn er ihnen Ferien geben. Das ist doch grösser geworden, oder? Und das unterstützt man ja alles auch mit Steuergeldern. Und das kann man nicht raus. Bei den Schulen ist es auch ein bisschen anders. Da habe ich auch immer meine Zweifel. Darf man eigentlich noch so viel Kilensteuer zahlen, wenn ich die Kilen nie gesehen habe? Ihre Tochter ist ja rausgegangen. Ja, keine ganze Reihe Leute. Die sind nicht aus areligiösen Gründen rausgegangen, sondern weil sie sagen, nein, also, was die machen, und dann fangen das neben die Beschäftigung anzumachen, die gar nicht kirchlich sind. Und dann, also, dort bin ich nahe zu vor einem Ausdrück gewesen, beim Waldsterben. Da hat die offizielle Kirchenzeitung von der reformierten Kirche hier Kirchenboot geheissen, das heisst es reformiert, haben geschrieben, die Sündigen berufen, Automechaniker, Garagisten, alle, die mit dem Auto zu tun haben, sind die Sündigen berufen. Mal so etwas ist ja das genau das Gegenteil vom Evangelium, dass die anfangen, Sünder bezeichnen, mit ihren Sünden. Nur, die fährer sind dann wahrscheinlich keine Sünder, niemals. Und das unterstützt man mit Kirchentum, und man sich das gut überlegt, wie dann dabei bleibt, weil ich sagte, nein, wenn du rausgehst, dann kann es ja nichts mehr ändern. und an sich wäre das eine gute Institution, aber sie hat eine Aufgabe, nämlich die Verkündigung der biblischen Botschaft, das ist das eine, und zweite Zellsorge. Und alle die Betriebsamkeiten, wo man sich auch fragen, ob man das unterstützen soll. Also, sind wir gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Christoph Blocher, danke für das informative Gespräch. Das war Tele Blocher im Mitte des Monats Juli. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Schönen Wochenende und bis dann.